Sollen wir uns das angucken, Chat? Was heißt 40.000 Dollar, half kurz, Schott? Keine Ahnung, was das heißt. Los Angeles. So Leute, das ist die zweite Challenge-Spiel. Haben die mit Dings aufgenommen? Mit Vorderkamera von iPhone? Was ist das, Amri? Ich gucke gerade Rohat, der Basketball spielt. Nein, nein, nicht gegen irgendwelche anderen Leute, die gut Basketball spielen können. Weil Rohat ist nicht so gut. Wir heute haben, und zwar werfen wir von der Mittellinie. Jeder einzelne von denen hat drei Würfe, drei Versuche. Und wenn einer von denen eintrifft, gibt es für jeden einzelnen 10.000 Dollar. Das heißt total 40.000. Sprech jetzt lauter. Euro, Dollar, da sprech ich mal genau so. 40.000 Dollar. Aber, 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 wenn ich jetzt dreimal treffe, kriege ich 30.000? Nein, 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 nein. Von 12. Du beschäftst mir doch. Wieso? Eintrifft, 40.000. Egal wer, egal wer. Okay, ähm. Kann ich den Untertitel aufmachen? Ist das sehr schwer von mir? Ja. Wir stehen jetzt zusammen in uns. Ja, 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 ja. Also, wir haben alle, wir haben alle drei Würfe. Drei Versuche. Ja. Auf den Korb, bitte. Aber der ist Basketball, der ist gar nicht so groß. Ich dachte, er kann der Decke hier kopflos geben. Ja. Nicht übertreten. Okay. Aber wenn er übertrete, zählt nicht. Okay. Und, äh, ist so ein bisschen schwer. Wurftechnik ist egal. Sagen wir mal, sagen wir mal. Sagen wir mal. Kommt, ist egal, wie wir werfen. Ja. Ich kriege einfach einen Einwurf für dich. Anders, den kriegen das. Von 50 Würfen. Wie oft würdest du das denn los haben? 50. Kommt drauf an. Vielleicht 5? 5? Aber, ey, an der Stelle muss man noch sagen, an der Stelle muss man noch sagen, absolute Ehremänner, weil in der ersten Challenge, dem Video bevor, haben sie 3.000 gewonnen. Ja, wir haben 3.000 Euro gewonnen und diese 3.000 Euro werden verlost. Ihr könnt was gewinnen, checkt das andere Video ab, weil dann habt ihr alles auf dem Schirm und verpasst nichts. Das sind 3.000 Euro geschenkt. Was ihr aber machen müsst? Abonn lassen, Like dalassen und kommentieren, Freunde. Weil Support ist kein Mord. Und es ist auch eine Ehre für uns, hier auf dem Kanal zu sein. Das müssen wir auch mal sagen. Dennis ermöglicht uns hier sehr, sehr vieles in L.A. Ja, sehr gut. Deswegen appreciate it. Was denn? Joel, der beste Kameramann hat gerade die Kamera rausgemacht. Aber meine Schuld. Meine Schuld. Nee. Guck mal. Eligella. Eligella sagt gerade, mach mal hier kurz auf Stopp. Dennis nimmt Anlauf. Er sagt, ich mach mal kurz einen. Ich will mal wissen, was für Würfe das sind. Von hier rein. Oh Mann, an. Digga, du stehst ja immer noch da, Islam. Was los? Hast du eine Spinne? Ja, das ist meine Hausspinne. Die heißt Rahaluli. Ich komm nicht mal so weit. Ich komm gar nicht so weit. Elig, guck mal. Das ist aber echt weit. Jetzt nicht zweifeln, weil jetzt muss die Hoffnung überwiegen. Ja, gib uns Eindruck. Erste. Ich glaube, so wie ein Pass, wie du einen Pass spielst. Würde ich auch machen. Ja, so. Schon den rechten Unterhaben, aber das zur Suche. Ich dachte, der ist gut, der ist gar nicht gut. Ein bisschen mehr Power. Das ist schon mal einer. Das ist schon mal einer. Nein. Was? Das ist schon mal einer. Hey, behalt dir die Wagen. Bleib mal ehrlich. Bleib mal ehrlich. Bleib mal ehrlich. Ich hab dich getroffen. Nein. Okay, rein nicht. Was denn? Bei ihm weiß ich nicht. Du sagst doch. Aber. Es gibt ja auch hier. Es gibt drei Versuche. Okay, okay, okay. Ich mach mal. Der kommt nicht mal am Korb an, glaub ich. Oh mein Gott. 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 Ich mach Spaß, ne Chit. Das wisst ihr. Mit dem netten Dennis. Meine Denkweise ist richtig. Und das krasse ist, ich glaub an mich. Soll ich früher mal eine Grundschule gemacht? Ne, der Ball springt nicht mal richtig. Was ist das für ein Ball? Was machst du da an ein Wurf einfach? Nein. Ha! Ha! Der ist gut! Das ist richtig schlecht! Da weiß ich nicht den Bug nenne. Ich heftig, ich sage, ich weiss nicht mehr, ich hätte den eher hoch geworfen. Stadtweit. Wisst ihr, was ich meine? Der muss ja auch irgendwie in den Korb reingehen. Du kannst ja nicht so gegen den Dings werfen, und dann kommt er so gegen den Korb. wie soll er denn so reingehen also ist ja 40.000 behalte es im hinterkopf wenn du also ich hätte damals für 40.000 ganz andere gottlose dinge gemacht und ich will nicht mehr ans datei gehen ich mache ruhe Ich brauche Ruhe! Dafür brauchst du Ruhe, Rohan. Das war viel zu viel Anlauf. Mein erstes war gar nicht so schlecht. Aber Kake auch nicht schlecht. Ich muss halt wie so ein Pass, aber hoch halt. Aber warum so viel Anlauf? Ich check das nicht. Du musst mehr am Wurf sein. Sidney, das habe ich dein Kumpel gerade schon gesagt. Behalt das im Hinterkopf. Es sind 40.000 Big Ones. Okay? Er macht das mit Absicht. Das ist ein Monogramm. Was machst du da? Deswegen kann man gar nicht damit arbeiten. Aber ich mache es. Gute Länge. Du hast es verstanden. Gute Länge. Das ist eigentlich mit unsere größte Hoffnung. Er ist Fußballer und ich habe schon sehr oft gesehen, wie er die Dinger als Ausverteidiger so reinwirft. Ich weiß nur nicht, ob es die Taktik ist. Ist es die Taktik? Das kann gehen. Wenn du das hochwirfst und nicht so gerade, dann geht das. Dann kann das auf jeden Fall. Ich hätte so gemacht und dann hätte ich den auf jeden Fall auch so versucht. Aber er kommt damit richtig weit. Das weißt du, das habe ich schon gesehen. Aber das Ding wiegt auch an. Zeig mal, wenn du machen. Ja, so könnte man das machen, genau. Aber die kommen mit Druck, ne? Aber ich muss den hochwerfen. Ein Monat Grand? Keine Ahnung, was er meint. Das kann klappen, das kann klappen. Ich versorg es mit Vertrag. Bei den Lakers. Zehn Tage kriegen wir. Los, Siri. Oh, oh. Oha! In den Reis. In den Reis. Was ist hier passiert? Der hat immer getroffen, Digga, ja? Oh mein Gott. Warte, warte, go! Ey. Krass. Verlosen wir das auch? Wie sieht das aus? Wie clean? Dein Kumpel, ne? Der hat dich ja sowas von gepusht hier, ne? Ja. Aber die sind doch zu sauer. Ich habe an dich geglaubt. Boah. Ich habe an dich geglaubt. Aber was wichtiger ist. Was passiert mit diesen 40.000? Gehen die in die Tasche? Oder werden die verlost? Er will nicht reden. Das hin, das hin. So. Guck mal, ich habe heute überlegt schon. Nein. Also im Endeffekt. Wir haben 40.000 gewonnen. Und wir entscheiden, was damit passiert. Hör, ich dachte 10.000. Warte mal. Jeder kriegt 10.000 von denen? Was? Hey Siri, rufe Rohat an. Ist besetzt. Digga, heftig, ja? Das müsst ihr, das müsst ihr sagen. Checkt das erste Video ab. Da haben wir für euch 3.000 Euro gekauft. Das klingt die Community. Deswegen kommt ihr da draußen. Oh, was du bekommst. Was du bekommst, ist was anderes. Das war schon. Ja, okay. 40. Ja, 40. Ja, 40. Cool. Aber der ist cool. Ja, der ist cool. Dennis, du kriegst auf jeden Fall von mir einen Lick. Hey, 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 hey. Warte, 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 warte. Danke, dass ihr auf jeden Fall hier seid. Also, ich meine, ihr... Nein. Was übertreibt ihr so? Warum schnackt ihr mich so an, Chat? Berga, Balot, Helli. Diese Kombi ist ehrlich zu gut. Cooles Video. Kalender, Clip, Clip. Oh mein Gott, Wallah, warum dreht ihr so durch, Chat? Was geht ab bei euch? Discord-Clip. Warte, ich bin im Discord drin. Hier ist nix. Gar nix. Gar nix. Gar nix. Islam hinter dir? Chat, warum macht ihr so mit mir? Schnackatonis. 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 Ich ruhrt jetzt mal noch mal an. Ich hab Bano Deli. Islam? Islam. Hä? Was? Oh mein Gott. Pssst. Komm mal raus, du pendecholi Mianer. Komm mal raus hier. Aber häng damit. Dein Wammes hier, ne? Wallah, was hat er mit mir gemacht? Was hat er mit mir gemacht? Was hat er mir gemacht? Seit wann warst du da? Ja. Seit eben grad. Was ist das für ein T-Shirt? Du bist schon zu alt für diese Shows-Geschichte. Heftiger Tee. Warum hast du nicht gefragt, ob du mitgucken kannst? Du wolltest das Video bestimmt mitgucken, ne? Ja. Frag mich. Darf ich mitgucken? Nein, Amri. Deswegen alle raus. Rosa. Wallah, wie lange war... Bitte hat jemand Kl... Ahahaha. 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 Nein, das kannst du dir mal erzählen. Joao, duển. Amri. Phan. Thien. C trials. Mmar kommt. k